Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 13.071 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Fahrradhelm ist ein wichtiges Sicherheitselement, das bei einem Sturz vor schweren Kopfverletzungen schützen kann. Ich habe die Kirschen gerade gepflückt. Wir haben zwei große Bäume im Garten. Ich habe die Kirschen gerade gepflückt. Wir haben zwei große Bäume im Garten. Wusstest du, dass man Joghurt auch selbst herstellen kann? Wusstest du, dass man Joghurt auch selbst herstellen kann? Wusstest du, dass man Joghurt auch selbst herstellen kann? Wir bauen 30 Windkraftanlagen in dieser Gegend, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werden. Was kann man tun, wenn man eine Lücke in seinem Gedächtnis hat? Was kann man tun, wenn man eine Lücke in seinem Gedächtnis hat? Kann ich den Beitrag für das Fitnessstudio mit Kreditkarte bezahlen? Kann ich den Beitrag für das Fitnessstudio mit Kreditkarte bezahlen? Kann ich den Beitrag für das Fitnessstudio mit Kreditkarte bezahlen? Hier an der Küste ist ein idealer Platz für drei neue Windkraftanlagen. Hier an der Küste ist ein idealer Platz für drei neue Windkraftanlagen. Hier an der Küste ist ein idealer Platz für drei neue Windkraftanlagen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. und gib uns bitte eine Lücke in der Küste. Vielen Dank.